Herzlich willkommen in Melton Mills. Hier befindet sich das Zuhause ihres neuen Schleppers, den Daviborn 996. Der 996 ist der größte Schlepper, den Daviborn zurzeit auf dem Markt zu bieten hat. Mit seinen 64 PS Nennleistung ist der 996 nicht nur für Großbetriebe, sondern auch hervorragend für kleinere Betriebe geeignet. Ihr verlässt Daviborns bisher größte Traktorenserie das Werk in Melton Mills. Dieser neue Standardschlepper von Daviborn wird Ihnen die Arbeit auf dem Feld um einiges erleichtern. Mit seinem Viertakt Vierzylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung sorgt er für eine souveräne Arbeit auf dem Feld. Durch das Direkteinspritzverfahren und der zahnradgetriebene Nockenwelle vollzieht der Daviborn 996 seine Arbeit ohne ruckelnde Bewegung aus dem Motorraum. Unterstützt wird der Fahrkomfort ebenfalls durch mühelose Schaltvorgänge des ZF-Getriebes vom Typ ZFT 3450 HD. Der Schlepper verfügt über 12 plus 4 Gänge in jede Fahrtrichtung. Der neue Schlepper verfügt über einen Heck sowie einen Allradantrieb. Egal ob Pflügen, Grubbern, Mähen oder Säen, der 996 lässt keine Wünsche offen und ist somit genau der richtige Schlepper für Ihren Betrieb. Der Schlepper kann mit zwei WD, wahlweise aber auch mit vier WD-Reifen ausgestattet werden. Was wäre der neuen 96 ohne einen wohlwollenden Arbeitsplatz für den Fahrer? Dank der neuen Komfortkabine von Daviborn hat der Fahrer seine Arbeitsgeräte nun noch besser im Blickfeld. Sie haben Interesse an dem neuen Schlepper von Daviborn? Dann wenden Sie sich doch bitte an Ihren Daviborn-Händler vor Ort und lassen sich beraten. Vielen Dank. Vielen Dank.